Hi Leute, weiter jetzt mit Letzte Retro Pokémon, die Goldene Edition. Wir sind gerade hier in der Arena von Teak City, einer Geist-Arena, Leute. Und dann machen wir jetzt einfach mal weiter. Ja, ist dann natürlich blöd. Okay, kann ich hier schon entlang? Ja. Ich sehe es leider nicht, Leute. Kann ich einfach hier entlang? Ja. Dann lassen wir die einfach mal, wie sie sind, Leute. So. Verwirrst dich, unser unsichtbarer Boden? Besege mich und ich gebe dir einen Tipp. Ja, ich weiß ihn tatsächlich nicht mehr. Medium Dorothea möchte kämpfen, besitzt zwei Pokémon und schickt Alpollo in den Kampf. Er wird 20 weiblich. So, Tanza, du kannst absolut nichts machen. Los, Igelaba, du bist dran. Groll hat keine Wirkung. Rauchwolke. Das ist sehr angenehm. Denn jetzt wird Glut töten. Oder besiegen. Ich bin kein Astrook, sie werden nur besiegt, nicht getötet. Oh, wird es doch nicht. Dabei hat Igelaba sogar Holzkohle und das hat nichts gebracht. Oder nicht gereicht, sagen wir es mal so. Igelaba erreicht aber 24. Juhu. Medium Dorothea setzt doch mal Apollo ein. Wir wechseln wieder zu Tanza, denn Tanza soll die Erfahrungspunkte bekommen. Und dann wechseln wir jetzt zu Vati. So, Donnerwelle. Dann einfach nur Heuler, weil wir es können. Volltreffer. Dadurch ist Vati jetzt paralysiert. Na toll. Dann nutzen wir eine Antipa-Bäre. Vati kann nicht ausgetauscht werden. Naja. Donnerschock! Fluch! Medium Dorothea wurde besiegt. W-was? 800 Poketolle erhalten und ein Teil nach Hause geschickt. Gut, ich verrate dir das Geheimnis des unsichtbaren Bodens. Der Weg liegt vor unseren Augen. Ja. So. Wir tauschen mal eben Igelaba mit V-Senior. Und dann machen wir auch noch Folgendes. Ich glaube nämlich, dass V-Senior noch nicht Surfer kann. Ich möchte das V-Senior beibringen, Leute. V-Senior ist das Einzige, das wir dabei haben, das man verlieren kann. Okay. So, Zerschneider geht nicht, Leute. Kratzfurya, Ruckzuckhieb oder Einigler? Ich halte W-Senior eh schon für ziemlich schnell. Und deswegen würde ich den Ruckzuckhieb verlieren lassen, Leute. Den Kratzfurya ist unsere stärkste Attacke. Zerschneider geht, wie gesagt, nicht. Eine Verteidigung hätte ich gerne. Also Ruckzuckhieb gegen Surfer. Dann kann V-Senior jetzt nämlich auch die Geist-Pokémon angreifen. So, das heißt, der Weg ist hier und hier. Ich habe den Frühling mit meinem Pokémon verbracht. Dann den Sommer, den Herbst und den Winter. Dann kam wieder der Frühling. Wir haben viel Zeit miteinander verbracht. Ja, ist doch schön. Weiser Heribert möchte kämpfen. Besitzt ein Pokémon und schickt Alpollo in den Kampf. Es ist zwar sehr viel Zeit vergangen, wenn das Pokémon inzwischen ein Geist ist. So, wir wechseln wieder auf Vati. Sofort Fluch. Das zwingt mich jetzt eigentlich sofort Donnershock zu machen. Denn ansonsten ist der Schaden durch Fluch zu groß. Hoffentlich ein Volltreffer. Ja, ein Volltreffer. Vati reicht Level 24. Juhu. Weiser Heribert wurde besiegt. Siege und Niederlagen. Ich hatte beides. 704 Poké-Dollar hatten und einen Teil nach Hause geschickt. Woher kommen Pokémon? Das weiß ich nicht. So, Vati können wir jetzt auch tauschen. Das war eins zu weit. Ich werde siegen. Medium Zenobia möchte kämpfen. Besitzt drei Pokémon und schickt Nebulak in den Kampf. Los, Tanze. Wenn da nicht los, Tanze. Schicken wir V-Senior in den Kampf. V-Senior kann nicht mehr fliehen. Oder getauscht werden. Und das Einzige, was wir machen können, ist... Ah, ein Igler. Schlecker macht, glaube ich, physischen Schaden. Und Surfer. Surfer hat leider keinen Typ-Bonus. Uh. Aber es reicht trotzdem. Setz Apollo ein. Wir wechseln... Ja, wir wechseln wieder auf Tanzer. Unser schwächster... Vom Level her niedrigstes Pokémon. So, und dann... Level 20 weiblich ist es. Das ist Apollo. Groll wirkt nicht. Wir machen erst mal wieder ein Igler. Fluch. Ob der Surfer auch das Apollo mit einem Treffer besiegen kann? Nein, leider nicht. W-Senior erreicht er bei 24. Juhu. So, Nebula. Wir wechseln wieder. Auf Tanzer. Und jetzt ist die Frage... Ich würde ungern auf Dufler wechseln. Das geht nach hinten los. Wechseln wir also auf Igelava. Erstmal eine Rauchwolke. Level 20 weiblich ist das, Nebulak. Igelava glut und verbrenne das, Nebulak. War erfolgreich. Der Fluch ist somit egal. Tanzer erreicht er mit 23. Juhu. Medium Zidobia wurde besiegt. Ich habe verloren. 800 Poké-Dollar erhalten und ein Teil nach Hause geschickt. Wer siegen will, wird es auch tun. So. Wäre hier ein Item versteckt, Leute. Das interessiert mich gerade. Nein. So, vor einem Arena-Leiter-Kampf gehen wir natürlich nochmal heilen, Leute. Einem Arena-Leiter dreht mir mit voll kampffähigen Pokémon entgegen. Ich bin gespannt, welche Pokémon hat. Ich erwarte keine Nebulak, ein oder zwei Apollo, ein Gengar mindestens und dann, ich glaube, es gibt auch Geist-Pokémon der zweiten Generation. Da erwarte ich auch ein oder zwei. Wahrscheinlich zwei Apollo, ein Gengar und dann die Geist-Pokémon. Ein Geist-Pokémon der zweiten Generation. Gut, dass du gekommen bist. Hier in Teak City werden Pokémon verehrt. Man sagt, dass legendäre Pokémon nur wahrlich starken Trainern erscheinen werden. Ich glaube an diese Legende. Daher habe ich mein ganzes Leben lang im Geheimen trainiert. Als Resultat kann ich nun Dinge sehen, die andere nicht sehen können. Noch ein wenig. Mit ein wenig mehr könnte ich eine Zukunft sehen, in der ich das legendäre Pokémon treffe. Du könntest mir dabei helfen. Leiter Jens möchte kämpfen, besitzt vier Pokémon und schickt Nebulak in den Kampf. Okay. Ich, Level 21 männlich. Ich hatte mit keinem Nebulak gerechnet. Naja. So, Igelava, du bist dran. Sofort Fluch. Dann muss ich ja sofort Glut machen. Jetzt siehst du Apollo. Mit einem Apollo hatte ich ja gerechnet. Wir könnten Duflo kämpfen lassen. Er will 21 männlich. Lockduft. Lockduft. So, der Fluch wird... Wir müssen den Fluch ausbremsen, Leute. Wir machen sofort Absorb-Nachtnebel. Das ist Apollo-Kann-Nachtnebel. Zusammen mit Fluch ist das zu heftig. Das überlebt Duflo nicht. Ein Nachtnebel. Hat Duflo nur noch neun Lebenspunkte? Ja. Ein Nachtnebel und Duflo ist besiegt. Wir müssen wechseln. Machen wir auf Igelava. Also Duflo ist de facto schon... Kampfunfähig. Geloot. Leute, jetzt setzt Gengar ein. Das Gengar hat dich erwartet. Dann... Versuchen wir es jetzt mal mit Hobolupf. Level 25 männlich. Wir wechseln sofort, Leute. Wenn das Gengar Horrorblick macht, dann kann... Dann ist... Das ist ein Todesurteil für Hobolupf. Das geht nicht. Hypnose. Machen wir Rauchwolke, um Hypnose noch mehr zu schwächen. Schade. Traumfresser. Habe ich einen Aufwecker? Es ist egal, ob ich einen Aufwecker habe. Wenn das Gengar nachdem kann, ist Igelava besiegt. Wechseln wir auf... V-Senior. Surfer. So. Habe ich einen Aufwecker? Ja, ich habe drei. Hypnose ging daneben. Und Surfer trifft. Und macht fast keinen Schaden. Oh nein. V-Senior kann nicht fliehen. Aber Horrorblick hat jetzt keinen Effekt mit. Traumfresser hat keinen Effekt, solange V-Senior nicht schläft. Hypnose hat eine schlechte Trefferquote. Was ist die vierte Attacke? Selbst wenn Hypnose trifft, Leute, haben wir noch zwei Aufwecker. Wir brauchen nur noch zwei Surfer oder einen Volltreffer. Und das Gengar ist besiegt. Okay, wir werden nicht herausfinden, was die vierte Attacke ist. Denn das war's mit dem Gengar. Und jetzt kommt... ...Alpollo. Okay, Leute. Zwei Apollo, ein Gengar. Hatte ich vollkommen recht. Aber statt einem Geister-Pokémon der zweiten Edition hat... ...der Leiter jetzt ein Nebulak. So. Hubbelupf. Mixen wir auf Vati. Gibt es überhaupt Geister-Pokémon der zweiten Generation geben? Bin ich mir fast sicher. Naja. Erstmal Donnerwelle. Er wird 23 männlich, ist das Apollo. Donner-Schock! Vati kann nicht mehr fliehen. Und hält nur noch zwei Nachtnebel aus. Da ist der erste. Die nächste Attacke, die Schaden zufügt, wird Vati besiegen. Vati, deine letzte Chance! Nein! Ah, es war so knapp, Vati. Ich glaube, das können... Es können ein oder zwei Kraftpunkte nur noch sein. Ah, Iglaba schläft. Machen wir V-Senior. Denn Duflor könnte es auch besiegen mit einem Angriff, aber... ...ist wahrscheinlich nicht schnell genug. Und dann besiegt das Apollo Duflor. Leiter Jens wurde besiegt. Ich bin noch nicht gut genug. Dieser Orden soll dir gehören. 2300 Poké-Dollar hat uns ein Teil nach Hause geschickt. Winterheld Phantom-Orden! Durch den Phantom-Orden gehören dir Pokémon bis zu Level 50. Außerdem können Pokémon, die Surfer beherrschen, diesen auch außerhalb eines Kampfes einsetzen. Bitte nimm auch dies an. Winter erhält TM-30! Das ist Spukball. Er verursacht Schaden und verringert die Spezialverteidigung. Setze ihn ein, wenn er dir gefällt. Ich verstehe. Deine Reise hat dich an die entlegensten Orten geführt. Du hast viel mehr gesehen als ich. Dafür beneide ich dich. Ja, Leute. Der Phantom-Orden. Da ist er. Sehr schön. Wir haben vier Orden, Leute. Und 14.000 Poké-Dollar. Uh, das gefällt mir. Okay, Leute. Aber leider ist die Zeit vorbei. Wir sehen uns dann also morgen wieder in der silbernen Edition. Ciao! Ciao!